Euphemia von Adlersfeld-Balestrem Javahir Na, was machen Sie denn schon so früh hier, begrüßte sie den Attaché, der halb belustigt, halb entsetzt das mehr als einfache, ja, direkt schäbige Kostüm seiner Gönnerin betrachtete und besonders gegen das Netz innerlich Protest erhob. Wollen Sie Einkäufe für Ihre Schwester machen? Sie soll nur hübsch selber kommen, lasse ich ihr sagen, wenn sie nicht von hinten und von vorne betrogen sein will. Davon fällt einem kein Stein aus der Krone, wenn man nicht Äthepetete tut, sondern die Groschen besieht, ehe man sie hinauswirft. Groschen machen Thaler, sage ich. Exzellenz befinden sich wohl, fragte Westermann, diese weisen Theorien überhörend. Natürlich, sonst würde ich nicht hier herumwurzeln, entgegnete Frau von Molwitz ungnädig. Hören Sie, setzte sie im selben Atem hinzu, da war ja mein Bruder gestern bei Therese, das war höchst überflüssig. Finden Exzellenz? Ja, das finde ich, damit konnte er warten, bis sie bei uns war. Wozu seine Stellung meinen Bruder eigentlich verpflichtet, wenn man bedenkt, dass Therese nichts anderes nichts ist, als die Witwe eines lumpigen Rittmeisters. Oh, Therese ist daneben doch auch noch eine Dame, konnte Westermann sich nicht enthalten zu antworten. Außerdem sind wir beide ganz unschuldig an diesem geselligen Verstoße seiner Exzellenz und auch ganz unverantwortlich, setzte er in seinem gerechtfertigten Ärger hinzu. Ich habe Ihnen ja auch keinen Vorwurf daraus machen wollen, erwiderte Mutter Molwitz prompt. Ihr sollt euch nichts auf diesen überflüssigen Besuch einbilden, das will ich damit gesagt haben. Wenn Sie zu schwerfällig sind, den Wink mit dem Zaunpfahl zu begreifen, Exzellenz können gleich dumm sagen, statt des Euphemismus schwerfällig, fiel Westermann weiß-grün vor Wut ein. Meinen untertänigsten Dank. Na, nur nicht gleich hup in die Höhe, sagte sie scharf. Ihr jungen Leute müsst geduckt werden, sonst habt ihr vor nichts mehr Respekt. Das könnte euch passen, dass die Exzellenzen gleich angerannt kommen, um vor euch ihren Knicks zu machen und verkehrte Welt zu spielen. Jawohl, sonst noch was? Die Männer sind alle gleich und die Alten sind die Schlimmsten. Oder bilden sie sich was anderes ein, als dass meinen Bruder die Neugier geplagt hat, wie eure russische Fürstin aussieht. Den ganzen Abend hat er von nichts geredet, als von der Schönheit dieser Person, von der kein Mensch weiß, woher sie kommt und wer sie ist. Nicht mal auf der russischen Gesandtschaft kennt man sie oder gibt vor, sie nicht zu kennen, was noch viel verdächtiger ist. Und dieses Mädchen aus der Fremde ladet mir mein Bruder einfach auf den Hals. Na, wart, ich werde ihr schon noch auf die Spur kommen. Und wenn es etwas in ihrem Leben gibt, was ihr die gute Gesellschaft verschließt, da fliegt sie bei mir zuerst zum Tempel raus, dass sie die Schuhe verlieren soll. Mutter Molwitz musste aufhören, weil ihr der Atem ausging und Westermann fühlte, dass der Boden der guten Erziehung unter ihm wich. Wollen Existenz mir damit den ehrenvollen Auftrag erteilen, dass ich die Damen auszuladen habe, fragte er heiser vor Zorn. Unsinn! Ich wollte bloß feststellen, was meine Ansicht ist. Sind Sie heut begriffsstutzig, Max, rief Mutter Molwitz mit schöner Offenheit. Nochmals untertänigsten Dank, Exzellenz. Nun spielen Sie sich mal nicht auf den Pikierten, rief sie, den Zeigefinger der rechten Hand erhebend, die mit einem waschledernen Handschuh vorsündflutlichen Alters bekleidet war. Das wäre noch schöner, wenn alte Freunde wie wir nicht in Ruhe ihre Meinung austauschen könnten. Ach so, Exzellenz wünschen also auch meine Meinung zu hören, fragte Westermann, der nicht auf den Mund gefallen war. Ihre Was? wiederholte Mutter Molwitz, die das vage Gefühl besticht, dass sie wieder mal zu weit gegangen war. Ein chronischer Zustand. Na, machen Sie kein Geseires. Übrigens habe ich auch keine Zeit, denn ich muss noch Artischocken kaufen und Aubergines, die mein Bruder so gern mit Parmesankäse paniert, isst. Nicht mein Geschmack, die Aubergines, aber sie sind so billiges Gemüse hier. Na, also auf Wiedersehen, lieber Max. Und hui, sauste sie davon und ließ den lieben Max mit unbeschreiblichen Gefühlen im kochenden Busen bei der Eierfrau stehen. Das war so ihre Manier, wenn sie fürchtete, dass der Wurm, den sie getreten, sich auch einmal krümmen könnte. Alles, was rechts und links ist, aber das ist denn doch zu bunt, dachte besagter Wurm, seinen Weg fortsetzend. Ist das recht, seine Stellung dazu auszunutzen, wehrlose Sterbliche zu insultieren? Na, ich danke. Fips will ich heißen, wenn die Salons von Mutter Molwitz mich so bald wiedersehen. Westermann lenkte nach Erledigung seiner Besorgungen seine Schritte wieder heimwärts, denn erstens hatte Mutter Molwitz ihm die Lust auf einen Morgenspaziergang verleidet und zweitens war überhaupt sein Leitmotiv, das auch von Erfolg gekrönt war, denn als er die Stufen seiner Wohnung emporstieg, sah er die Tür zur Bildergalerie nur angelehnt, welches Zeichen er, da heute kein Tag für das Publikum war, ganz richtig deutete, denn als er den Kopf zu dem Spalt hineinsteckte, natürlich nur der Bilder wegen, da sah er gleich im ersten Saale die Fürsten Voschgorod vor einer Staffelei stehen mit Palette und Malstock und bekleidet mit einer großen Malschürze im Empireschnitt aus blauer Leinwand mit reicher russischer Stickerei verziert. Er konstatierte, dass dies Kostüm, das er sonst bei anderen Malerinnen für das Nonplusultra der Geschmacklosigkeit und Unkleidsamkeit gehalten hätte, hier einen besonderen Reiz entwickelte. Dies stumpfe Blau steht Ihnen ausgezeichnet durchlaucht, sagte er statt jeder Begrüßung. Darf ich hereinkommen? Sie wandte sich überrascht um und lächelte dann freundlich. Sie dürfen mir gewiss guten Morgen sagen, erwiderte sie heiter, aber dann sind Sie, wie soll ich's nur sagen, ohne unhöflich zu sein, sehen Sie, ich gründe eben das Problem der Grundierung dieses Kopfes, ohne dass man diesen durchsichtigen Fleischton nun und nimmer treffen würde. Oh, wir haben viel zu lernen von den alten Meistern. Bestermann war näher getreten und sah nun auf der Leinwand, die auf der Staffelei stand, die Umrisse des Kopfes, den die Fürstin kopieren wollte, mit sichern Kohlenstrichen ausgezeichnet. Sie sind früh aufgestanden und schon fleißig gewesen, Fürstin, bemerkte er. Das muss man, wenn man das gute Licht ausnützen will, erwiderte sie. Maler dürfen keine Langschläfer sein und außerdem geht einem ja die beste Zeit verloren, wenn man den schönen, hellen Tag zur Nacht macht. Sie scheinen aber doch noch früher aufgewesen zu sein als ich. Ich habe schlecht geschlafen und von Ihnen geträumt. Oh, das tut mir leid, wenn ich Ihnen unbewusst eine schlechte Nacht verursacht habe, meinte sie mit einem halben Lächeln, das aber doch die Grübchen in den zarten Wangen zeigte. Und ich habe Ihnen wieder eins meiner berühmten, verunglückten Komplimente gemacht, sagte er mit komischer Zerknirschung. So geht's mir immer mit damit. Komplimente und ich sind scheinzunmöglich. Darüber sollten Sie froh sein. Leute, die Komplimente machen, sind mir eine schreckliche Gesellschaft, entgegnete die Fürstin offen. Denn sehen Sie, die Menschen, die das gewohnheitsmäßig tun, halten einen doch natürlich für dumm genug, ihre faden Redensarten zu glauben oder für so eitel, sie für wahre Münze zu nehmen. Also vor mir sind Sie von jeder Sorte von Komplimenten dispensiert, Graf Westermann. Ich betrachte das als einen besonderen Vorzug, erwiderte er ehrlich. Was ich aber von dem Blaue vorhin sagte, war meine aufrichtige Meinung. Natürlich, dazu kam es auch spontan genug heraus, lächelte die Fürstin. Es kam vor dem Guten Morgen und wie haben Sie geschlafen. Ergo war es ein wortgewordener Gedanke. Ich fürchte überhaupt, dass Sie für einen angehenden Diplomaten Ihre Gedanken zu sehr auf der Zunge haben. Und der Gesandte sagt, ich hätte Sie zu leicht lesbar auf meinem Gesicht, rief er betrübt. Da werde ich die Diplomatie wohl aufgeben müssen und lieber wie der Frontsoldat spielen. Es will eben alles gelernt sein, meinte sie. Freilich, zu ausdrucksvolle Gesichter lassen sich schwer abgewöhnen. Sie sind auch die Verzweiflung des Malers. Was ich als den gnädigen Wink nehme, diesen Hallen der Kunst zu entschwinden, fiel er ein. Aber wenn durchlaucht das Problem der Grundierung heraushaben, darf ich dann mal wieder hereingucken? Das dürfen Sie gern. Es plaudert sich ganz gut beim Malen. Und dann werde ich Sie auch darüber belehren, dass es für so helle Blondinen wie ich eine bin, keine unvorteilhaftere Farbe gibt als die blaue. Sehr gut, rief er enthusiastisch. Ich lasse mich zu gern belehren. Wenn's nett gemacht wird, notabene, und nicht so vom hohen Pferde herabkommt, dass man sich in seines Nichts durchbohrenden Gefühle vorkommt wie ein dummer Junge. Diplomatisch war das wieder einmal nicht ausgedrückt. Aber recht haben Sie, sagte die Fürstin heiter. Also dann auf Wiedersehen und viel Vergnügen zum diplomatischen Auftrag heute. Er küßte die ihm dargereichte Hand und entfernte sich. Richtig, den diplomatischen Auftrag hatte er total vergessen durch die liebliche Begegnung mit Mutter Molwitz und die weit angenehmere im Guidoreni-Saal des Palazzo Tofano. Wenn eine Frau in der Malschürze selbst so reizend sein konnte, wie reizend, überwältigend reizend musste sie dann überhaupt sein. Mutter Molwitz in der Wirtschaftsschürze beim Abstauben verlor den letzten Schimmer ihres guten Aussehens. Der Kuckuck hole Mutter Molwitz und viel Vergnügen auf den Weg. Was einem Menschen doch für dumme und unpassende Vergleiche einfallen konnten. Diese alte Hexe und jene Elfengestalt. Javahir. Welche Musik lag in dem Namen allein, von seiner Trägerin gar nicht zu reden. Javahir. Westermann ertappte sich dabei, dass er den Namen auf die Melodie des Faustwalzers von Gounod sang. Das heißt auf den wiegenden Mittelsatz desselben. Javahir. 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 Mitten darin brach er ab und ging noch einmal zur Tür der Gemäldegalerie zurück. Nur ein Wort noch durchlaucht, rief er auf der Schwelle stehenbleibend. Das heißt eine Frage. Lieben Sie Walzer? Sehr, erwiderte sie, wohl ein wenig verwundert, aber doch gleich darauf eingehend. Das heißt nicht alle in Bausch und Bogen, aber die Walzer von berufenen Meistern? Oh ja. Nur machen die mich nicht lustig, sondern melancholisch. Wie der Faustwalzer. Und dann die Donauwellen von Jovanovic. Was liegt darin für verhaltene Leidenschaft? Für Schmerz? Ja, für Tragik. Und so gibt's noch viele. Ich danke, durchlaucht, und pardon für die Störung. Es kam nur so über mich, wissen zu wollen, ob sie dasselbe bei der Walzer Musik fühlen wie ich. Er machte leise die Tür wieder zu und ging in sein Zimmer zurück. Natürlich, sie hört und sieht anders als gewöhnliche Menschen, denen ein Walzer nichts ist als eine Musik zum Tanzen im Dreivierteltakt, dachte er, wenn man auch solche Augen hat und Javahir heißt. Die Donauwellen, sagte sie, wie merkwürdig, dass ich die auch so sehr liebe. Und leise und träumerisch pfiff er vor sich hin. An dieser Stelle sind in dem Text Noten abgebildet. Ich verlinke die Seite zu dem Text, dann können Sie die Noten sehen. Und wer musikalisch ist, kann sie auch spielen und sich da noch besser hineinversetzen. Max Westermann war eine Natur, die mehr Freude fand an den künstlerischen Genüssen dieses Lebens als an der Sorte von Geselligkeit, die das Hauptgewicht auf gute Verpflegung legt, Herz und Gemüt, aber kalt lässt. Aber er posierte nicht mit seinen Liebhabereien, weder als Kunst noch als Literaturkenner und seine Talente auf diesen Gebieten gar, verschloss er sorgfältig vor den Augen und Ohren der Leute, die doch höchstens ein Nein, wie nett oder ein Ganz reizend dafür gehabt hätten. Nur seine Schwester, die ihn sehr gut verstand, ahnte, dass er in der Stille seines Kämmerleins Verse schrieb. Und da er sich zu keiner modernen Richtung bekannte, so ließ Max Westermann seine Poesien nicht nur ungedruckt, sondern auch ungeahnt und ungekannt in seinem Schreibtisch rum. Eben jetzt aber fiel ihm zu der Melodie der Donauwellen ein Text ein, und er ging an seinen Schreibtisch, ihn aufzuschreiben, aber als er die Schublade aufschloss und öffnete, die seine poetischen Schätze barg, da lag auch der Brief vor ihm, den er heute abzugeben hatte, und dieser Anblick brachte ihn jäh zur Prosa des Lebens zurück, nämlich, dass er sich anstelle des erkrankten Dieners selbst um seine Sachen kümmern musste, wollte er zur rechten Zeit mit seinem komplizierten Paradeanzug fertig sein. Der Text zu den Donauwellen blieb also vorläufig ungeschrieben und, der Not gehorchend, nicht dem eigenen Triebe, suchte er sich mühsam alles zusammen, was den Ulanen-Offizier in diesem Falle schmückt und was der brave Lawetzki sonst so schön zurechtmachte, vom hohen Stiefel bis zum Haarbusch gezierten Tschapka. Mit seinem harten Geschick hadernd, das ihn gerade zur Uniform verurteilen musste, wo sein Diener ihm fehlte, knöpfte er die rote Rabatte auf die beste Ulanca und die blitzenden Epauletten mit dem Gold-Bronzen-Namenszuge, wickelte er die silbernen Fangschnüre und Scherpe wie das goldene Bandelier mit dem kleinen ledernen Kartuschkästchen aus den Hüllen von Seidenpapier und Staniol und wunderte sich dabei, wie zum Kuckuck er das alles allein anlegen sollte, bis ihm zum Glück Kathi, der Posaunenengel, einfiel. Die musste ihm helfen, natürlich. Bedeutend beruhigt steckte er den Haarbusch und das National auf den Tschapka und stellte ihn auf den Tisch seines Wohnzimmers und als vorsichtiger Fechter legte er gleich die Handschuhe daneben. So, nun noch den Paletot auf das Sofa, das war ja doch alles. Richtig, der Säbel, an den musste auch noch das Portepee geknüpft und das weiß lackierte Koppel geschnallt werden. Nein, das war ein hartes Stück Arbeit, so an jedes Detail selbst denken zu müssen. Aber, dass er auch nur das Wichtigste den Brief nicht vergaß, wohin den legen, damit er absolut in die Augen fiel, denn wenn man alle Mühsale des Anzuges überwunden und heiß vom Gefecht auf der Wahlstadt stand, da entfallen Nebensächlichkeiten nur zu leicht. Die Ordensschnalle zum Beispiel hatte er sowieso schon übersehen und wenn auch noch nicht viel darauf war, so gehörte sie doch zur Sache. So, das war auch besorgt. Und der Brief, den legt man auf den Tisch unter die Handschuhe. Nein, direkt darauf. Die Handschuhe zu vergessen war unmöglich. Un-möglich. Folglich war auch der Brief gesichert. Auf dem Tisch lag ja sonst nichts weiter. Er war bedeckt mit einem schweren persischen Teppich, sein persönliches Eigentum und darüber lag ein ziemlich breiter Tischläufe von grauem Atlas mit Pfeilchen bestickt. Das letzte Geburtstagsgeschenk von seiner Schwester Therese, über das er sich enorm gefreut, denn einmal liebte er hübsche Sachen für seine Bude und dann war die Arbeit auch wirklich ebenso schön wie künstlerisch in der Zeichnung.